Wie hast du die Partie erlebt? Das war ein hart umkämpftes Spiel. Ich glaube, das war wirklich ein Abstiegskampf. Man hat gemerkt, dass Lappers schon gewinnen musste und wir uns auch ein bisschen darauf verlegt haben, gut zu stehen und dann zu kontern. Und das haben wir auch ein paar Mal sehr gut gemacht. Dazu haben wir noch zwei gute Standardsituationen. Und auch wenn das Tor glücklich war, denke ich, natürlich war es ein verdienter Sieg ganz klar. Zwei Spiele, sechs Punkte. Ich denke, darauf lässt sich aufbauen, oder? Ja, das ist genau das richtige Zeichen. Gerade, wie die Siege zustande gekommen sind in der letzten Woche und jetzt. Mit so einer Einstellung, mit so einer Leistung hier. Und gerade gegen die direkten Konkurrenten. Das ist wahnsinnig wichtig. Und Länderspielpause können wir jetzt durchatmen und dann wieder voll angreifen. Uwe 1-0 in Gladbach. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich denke, die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde waren wir nicht so gut. Ich denke, da hat Gladbach das Spiel gemacht. Aber das haben wir von vornherein gewusst, dass Gladbach hier das Spiel machen muss, dass sie was nach vorne tun wollen, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Ja, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir zwei gute Standardsituationen, wo wir hätten 1-0 in Führung gehen können. Aber ich denke, dann nach der zweiten Halbzeit geht der Sieg an uns.